Billigflaggenländer sind Länder, wo es keine Bindung des Schiffseigentümers zu den Flaggenstaaten gibt, die oft benutzt werden, wenn Schiffseigentümer sich aus sozialen Verantwortung stehlen und insbesondere Arbeitsverträge und Tarifverträge und gesetzliche Regelungen vermeiden wollen. Das sind Billigflaggenstaaten, die von der ITF zu solchen erklärt werden. Die ITF ist die weltweite Gewerkschaft der Seefahrer. Untertitelung des ZDF, 2020